...durch dieses Tor. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn Sie meinen. Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Hä? Was macht die Kurbel? Hier drüben! Hier! Hey! Hier drüben! Hier geht es lang! Der alte geht dabei noch drauf. Ich kann hier auf jeden Fall nicht über jemanden töten. Ich kann hier auf jeden Fall nicht überlegen. Was soll ich denn hier machen? Aber ich lasse mich lieber von ihm töten, weil ich habe ja schon so... Oh, okay, er hat mich getötet. Ich frage mich da so ein bisschen was, das hätte ich denn jetzt gemacht. Ich hätte da anscheinend nicht langlaufen können. Ich hätte da nicht langlaufen sollen, irgendwie so. Wo ist der jetzt da schon da reingeronten? So, das ist eigentlich wie immer, in diesem ganzen Spiel, kann ich mal wieder zurückgehen. Aber doch, warte mal. Ich sollte schon die richtige Taste drücken, ne? Ich denke, das ist ein bisschen. 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 Also meine Revolvermonie... äh... 16... Also eigentlich ist meine Monie ganz oben aufgestoppt, muss man das so sagen. Das heißt das sollte nicht das Problem sein. Ich könnte jetzt hier noch mal runtergehen, in dem einen anderen Raum, da gab's noch was. So... 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Das ist eine Kiste ZDF für funk, 2017 Okay, eine Granate ZDF für funk, 2017 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 Oh! ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also die stehen da ein bisschen blöd, ne? Okay, was ist eins von denen hier? Brandbolzen Also die stehen da ein bisschen blöd, ne? Okay, was ist das?